ganz herzlich zu diesem Gebetsgottesdienst begrüßen und ich möchte kurz die Punkte erwähnen, für die wir besonders heute auch beten möchten. Ich werde einige Bibelstellen dann vorlesen, ein paar Gedanken äußern und dann werden wir auch ins Gebet gehen. Also ich werde ja den ersten Teil übernehmen und die Punkte werden sein, Dank für die Heilige Schrift und das Reden Gottes, Dank und Fürbitte für alle Missionare, Evangelisten und Prediger im In- und Ausland und Fürbitte um klare bibeltreue Wortverkündung. Ich möchte die erste Bibelstelle gleich aufschlagen aus dem ersten Korintherbrief, dem ersten Kapitel, der 18. Vers. Erste Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Da ist eigentlich jetzt von zwei Menschengruppen die Rede, einmal von denen, die verloren gehen und einmal von denen, die gerettet werden. Und eigentlich erklärt sich der Vers von selber, steht geschrieben, diejenigen, die verloren gehen, die sehen das Wort vom Kreuz als eine Torheit. Also als, wenn ich es mal so sagen darf, als eine Dummheit. So wird das auch im Lexikon, im Duden übersetzt. Und für diejenigen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn für diejenigen, die gerettet werden, die wissen, was das für eine Bedeutung hat. Und wir dürfen Gott dafür danken, dass er uns sein Wort geschenkt hat, dass wir es wissen dürfen, dass wir es erfahren durften. Ich möchte auch gleich zur nächsten Bibelstelle übergehen. Die finden wir im Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Und da steht geschrieben, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes, es ist so umfangreich und ich denke, jeder wird mal bestätigen, wenn ich jetzt sage, dass wir in der Heiligen Schrift eigentlich für jede Situation in unserem Leben, für jede Lebenslage einen passenden Vers finden. Wenn wir traurig sind, so finden wir darin Verse, die uns wieder aufbauen. Sind wir mührisch, so finden wir Verse, die uns zu Dank verpflichten, dass wir nicht vergessen, was Gott uns alles gegeben hat. Und wenn wir vielleicht vom Wege abgekommen sind, so finden wir wieder Verse, die uns darauf hinweisen, die uns wieder näher zu Gott bringen. Die zeigen uns den Weg zu Gott. Und das Wort Gottes, es hat eine sehr, sehr große Macht. Sehr viele Menschen, auch in unserer Gemeinde teilweise, sind nur durchs Bibellesen zum Glauben gekommen. Es hat ihnen keiner was gesagt, keiner was gezeigt, noch sonst irgendwie darauf hingewiesen, sie haben gelesen und sie wurden vom Heiligen Geist eigentlich überführt. Wenn es nach Gott geht, so braucht er eigentlich dieses Wort nicht. Denn Gott, er weiß selber alles. Doch weil er uns so sehr geliebt hat, hat er uns auch dieses Wort gegeben. Er hat uns das Wort gegeben, dass wir gewappnet sein können, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Er hat uns das Wort gegeben, weil er mit uns auch Gemeinschaft haben möchte. Wollen wir nicht vergessen, für dieses Wort auch Gott dafür zu danken. Ich möchte mit dem nächsten Punkt weitermachen. Dank und Fürbitte für alle Missionare, Evangelisten und Prediger im In- und Ausland. Dazu lesen wir uns eine Bibelstelle aus Jesaja, Kapitel 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt. Mit anderen Worten, wie lieblich sind die Füße derer, die in die Welt rausgehen und das Wort des Herrn weitererzählen. Wisst ihr, es ist nicht ganz einfach, einfach in die Stadt rauszugehen und anfangen zu missionieren. Ich war schon einige Male mal dabei beim Büchertisch. Es wird ja bei uns einmal im Monat gemacht. Und da trifft man eigentlich auf die verschiedensten Menschen. Da gibt es Menschen, die gehen einfach wortlos an uns vorbei. Dann gibt es die anderen, von denen kriegt man vielleicht den einen oder anderen Kommentar zu hören. Dann gibt es die Dritten, die versuchen dann bis zum letzten alles auszudiskutieren. Dann gibt es noch jemanden, der versucht vielleicht seinen Glauben dir näher zu bringen. Also es gibt von A bis Z die verschiedensten Menschen einfach. Und da wirklich einen kühlen Kopf teilweise zu bewahren, wenn man manchmal hört, was man da so an den Kopf geschmissen kriegt. Und wirklich auch einfach die Weisheit zu haben, mit diesen Menschen auch auf die richtige Art und Weise umzugehen, das ist nicht einfach. Und das ist nur das eigentlich, was bei uns in Deutschland, bei uns in der Umgebung so passiert. Geschweige davon von den Missionaren, die Frau und Kinder nehmen, eigentlich die Familien verlassen, das ganze Bekannte verlassen, ins Ausland ziehen, in Gegenden, wo massiv die Christen verfolgt werden. Wo eigentlich eine ganz krasse Armut und vielleicht teilweise Hungersnot herrscht. Wie viele Missionare haben schon ihr Leben gelassen? Und dennoch gibt es Menschen, die rausgehen und das Wort Gottes weiterverkündigen. Wenn das nicht ist, wenn keiner mehr rausgeht auf die Straßen, so kann auch die Gemeinde Gottes auch nicht mehr weiter wachsen. Und diese Missionare, sie sind auf unsere Gebete angewiesen. Denn das Wort Gottes, es weist uns darauf hin, dass wir auch für diese Menschen beten sollen. Diese Menschen, sie brauchen die geistliche Unterstützung, sie brauchen diese Kraft, die sie auch nur durch die Gebete bekommen. Und zum letzten Punkt, fürbitte um klare, bibeltreue Wortverkündung. Da möchte ich eine Stelle lesen aus 2. Thessalonicher, dem dritten Kapitel, der erste Vers. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Jetzt weiß ich nicht, wie ich genau ausdrücken soll. Ich sage es einfach mal so, wenn wir ein Gebäude sehen, wo ein Kreuz drauf ist, wir wissen vielleicht, dass es eine Kirche ist, aber das heißt nicht automatisch, dass dort das Wort Gottes unverfälscht weitergegeben wird. Vor einigen Wochen habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, da wurde in Berlin ein Star Wars Gottesdienst gefeiert. Wisst ihr, das ist, das ist eigentlich furchtbar, was da passiert. Und der Pastor in dieser Gemeinde, er hat da noch ein Interview abgegeben, hat noch gesagt, normalerweise kommen so um die 150 Gottesdienstbesucher, aber diesmal waren 400 da und da war so ganz, voll, also so voller Freude. Aber was war das für ein Gottesdienst? Und daneben war noch ein Bild, wie ein so in einem Umhang steht mit so einem Leuchtschwert. Und dann dachte ich mir, wie viel davon war eigentlich wirklich Gottesdienst? Wenn vielleicht ein Prozent davon Gottesdienst war, dann war es wahrscheinlich schon gut. Das ist jetzt vielleicht ein ganz krasses Beispiel. Aber das ist das, was uns eigentlich heute begegnet. In den Kirchen wird vieles weggelassen, wird vieles dazu getan. Wenn wir die Volksbibel nehmen, so wird es auch schon in einigen Gemeinden auch schon praktiziert. Und wenn man sich das mal anschaut, wie eigentlich das Wort Gottes verfälscht, verdreht und eigentlich lächerlich gemacht wird, da können einem eigentlich die Haare nur zu Berge stehen. Deswegen ist es eine sehr, sehr große Not, auch bei uns hier in Deutschland, dass auch in den Gemeinden ein klares Wort gesprochen wird, dass nichts dazu und nichts weggetan wird, dass nichts verschwiegen wird. Denn das ist auch nicht mehr selbstverständlich, trotz dass wir eigentlich uns selber als christliches Abendland nennen. Aber so wirklich christlich ist das schon lange nicht mehr. Das sind dann die Punkte, für die wir heute ganz besonders beten wollen. Ich möchte es nochmal wiederholen und dann wollen wir uns auf Zeit fürs Gebet nehmen. Also das erste war Dank für die Heilige Schrift und das Reden Gottes. Das zweite Dank und Fürbitte für alle Missionare, Evangelisten und Prediger im In- und Ausland. und das dritte Fürbitte um klare, bibeltreue Wortverkündung. Amen. Wollen wir aufstehen und beten. Lobet Jehova, singt alle Völkern, singt und seid völlig in ihm alle Völkern der Welt. Lobet den Herrn und seid völlig in ihm alle Völkern. Lobet den Herrn und seid völlig in ihm alle Völkern. Kommt vor dem Herrn, komm vor dem Herrn allen Völkern mit Lob und mit Dank. Höchlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums, auf den Bergen seines Heiligtums, in der Stadt des Gottes und auf der Erde. Höchlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums. Höchlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums, in der Stadt des Gottes und auf der Erde. Lobet den Herr und seid fröhlich in ihr, alle Völker, und herrlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums. Und herrlich ist Gott und herrlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums. Und herrlich ist Gott und herrlich ist Gott und herrlich ist sein Name auf den Bergen seines Heiligtums. Alleluia, und bring dem Lob, Alleluia, und bring dem Lob, Alleluia, und bringe dem Lob. Lobet den Herr, und sei fröhlich in ihm, alle Völker, nimm ihn mit Freunden und kommet von seiner Gesicht mit Lob. Lobet den Herr, und sei fröhlich in ihm, alle Völker, nimm ihn mit Freude und Blut vor dem Herrn. Lobet den Herr, und sei fröhlich in ihm, alle Völker, nimm ihn mit Freude und Blut. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen.